so moin moin zu einer neuen folge landwirtschaft simulator wir stehen hier auf steilem felsen und wollen mal gucken ob wir das gleich schaffen hier das wasser wieder rauszuziehen mit dabei sind auch dragon hallo und christian moin wolltest du nicht eigentlich den server erst neu starten ach so für für das ist egal machen wir danach wir haben gestern übrigens beschlossen dass wir jetzt sparen auf ein windkraftwerk damit die betriebskosten reingeholt werden von den fahrzeugen automatisch er hat christian schon erzählt falls morgen jemand hat länger nicht da ist oder so und deshalb läuft er weiter ich glaube ich kann mir das mal angucken wie du jetzt untergehst ja muss ich ganz reinfahren du musst den das oberteil auswählen von dem hänger also nicht den hänger sondern den rahmen da drauf dann steht er irgendwann laden was so abkoppeln auch machen wäre blöd ach ja ich müsste da bist du nicht ganz drinnen aber warte ich kann nicht mal anschubsen du stehst da ich so auch auf da auffüllen ja jetzt geht's und soweit muss mit dem anderen anhänger gleich auch da rein oh soll ich denn lieber einzeln rein fahren ja ich glaube das bringt mehr ne ja ansonsten das ist schon ein bisschen verzwickt hier ne also technisch gesehen hättest du jetzt glaube ich einen ganz schönen schaden an dem anhänger maul wenn man sich das hier so anguckt achte da hinten also technisch gesehen ist der hintere anhänger gar nicht angekoppelt sondern der ist nur reingelegt ja den könnte man auch gar nicht ankoppeln weil der oben zu ist und irgendwie rutscht du hier rein merkst du das ne ich sehe dass gerade der hänger hier hinten rutscht ach doch jetzt sehe ich das wenn man ganz genau hinguckt ja das ziehe ich mir wieder auf ja aber das ging schnell ja so eine richtige einfahrt irgendwie hier ins wasser haben wir nur weiter gesagt bei ich glaube feld 27 war das oder feld 23 feld 23 war es da wo dieser kleine Sandstreifen ist da kann man wohl relativ gut rein fallen aber ist halt auch ein ziemlich langer Weg was ist denn was ist denn ich muss gleich wieder wenden aber wenn du nichts zu tun habt könnte einer schon mit dem kleinen fluch auf dem anderen Feld anfangen würde ich sonst noch was auffüllen sonst machen ich weiß nicht ob du irgendwas zu tun hat ja ich musste gerade noch ein Nissen aus dem Büro schmeißen kann man kann ich machen steht der am Hof der müsste noch am Hof sein ja ja jedes Jahr das gleiche jedes Jahr haben wir von Nissen hier ja ja irgendwo ein Nest oder ja wir hatten mal ein Nest das ist aber schon weggebracht worden aber das andere haben wir noch nicht gefunden es könnte auch übergroße Wespen sein ich will das jetzt nicht irgendwie weil wären wir in AKW in der Nähe Ok So ein Teil Wilde dieses Feld im Foto 19 meine ich ist rot 19 ist bei mir abgeerntet so warte mal zu jetzt ja ja toll mit dem kleinsten Flügel usw das größte Feld ja ich bin da sind wir können gerne tauschen ich bin nämlich bei 22 bei der sonne klein ja wohl das stimmt und der große flug ist ganz schön unhaltlich das stimmt was den kleinen feuchte lieber eigentlich ich habe es immer so viel das hat immer flügen ich habe mich immer erfolgreich gedrückt also hier den berg guckt da richtig probleme 10 kmh 9 du musst du musst differenzial rein quatsch allrad reinmauern das war alt 4 ne shift 4 dann müsstest du so ein grünes zeichen haben war das nicht groß schalten 4 shift ist groß schalten also nicht dauerhaft groß sondern normal war irgendwie ausgeschlagen ich gar nicht und ich hatte eigentlich okay also schnell kommt er nicht hoch immer muss blinkt du hast 60.000 liter plus das gewicht der hänger hinten dran naja mal denn das mal denn das ah und jetzt muss ich auf den anderen tank wechseln genau hat man sogar verkrüppelten schlauch da der nicht ganz sitzt ja das ist wichtig ist dass du bei den hängern gerade vergessen du musst dass man das beladen beenden also auch wenn es nicht da steht einfach noch mal die taste drücken dann geht das schlauch weg sonst siehst du gleich einen schlauch mit dir mit das habe ich schon mal gesehen genau den sieht nicht jeder ja aber es ist halt sehr lustig ja ich dachte mal das ist ein grafikfehler immer wenn ich das gesehen habe ja 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 Ich habe gestern noch die Pappeln ausprobiert für die Baumselzmaschine. Es sind tatsächlich die Pappeln, die du zum Häckseln nimmst. Die werden mit dem Ding ausgetragen, ausgebracht. Das ist total sinnbefreit. Okay. Also um da ein Feld voll zu machen, ich habe Feld 29 angefangen. Ich weiß nicht, wie lange der gebraucht hat, bis der da ein paar Bahnen hatte. Hm. Ja, das macht man im Singleplayer ja mit dem Helfer und dann fällt es dir einfach ein, dass er das kauft, die Saat dafür. Ja, ja, habe ich gestern auch gemacht mit Helfer. Also du hast ja schon mehr drin, du hast da 2000 Setzlinge drin. Aber es dauert halt ewig, vor allem du hast halt richtig breite Spuren dazwischen. Weil die Setzmaschine ja nur in der Mitte setzt und... Ja, du musst ja nachher auch mit dem Hexer durchfahren können. Das geht. Ah, du musst gar nicht die Hänger wechseln. Die Hänger können sich untereinander befüllen. Ach so, echt? Ey, das ist cool. Das haben wir doch nicht. Ja, wir haben jetzt... Ich weiß nicht, wer gestern im Wasser gefahren hat. Ja, habe ich jetzt gemerkt, weil... Ich hatte den einen Hänger angekoppelt und dann hast du gesagt, noch mal drücken. Und dann hat er ein bisschen was in den anderen Hänger reingepumpt. Und dachte ich, warum ist denn da jetzt wenig drin? Also irgendwie hat der GPS-Mod bei mir jetzt auch gerade eine Macke. Drei Bahnen hat er richtig berechnet und die vierte Bahn berechnet er ganz komisch. Hat er was stehen lassen. Ja, das habe ich gerade eben auch gehabt. Dann habe ich die Spurbreite ein bisschen verkleinert. Ja, muss ich auch gerade mal machen. Boah, 14% ist erst da drin vom Wasser. Da kann ich ja richtig Wasser bunkern. Ja. Kann ich nur ein bisschen Wasser fahren. Vor allem, wenn es so eine gute Einnahmequelle ist. Eigentlich schon. Also dafür, dass du halt nichts machst. Naja. Und mit den zwei Mulden, die wir haben, fährst du halt 60.000 die Tonne. Das reicht jetzt mal ein bisschen. Das reicht, ja. Ich muss mal gucken, ob es einen aktualisierten GPS-Mod gibt. Irgendwie ist der echt komisch. Ich glaube, das ist schon der neueste. Der Drive-Control gibt es auch einen neuen. Und bei Neure. Ich weiß nicht, können wir auf dem Server die normalen Standard-Mods einfach aktualisieren lassen? Mongo kann das. Da muss ich nur hochladen, dann müssen wir die auch haben und dann geht's. Nein, muss ich eigentlich nur einstellen lassen. Ich meine, vom Server, der Server kann da auch direkt bei Giants runterziehen oder nicht? Achso, ja, wenn die bei Giants unterlegt sind, ja. Mein Drive-Control ist doch von Giants oder nicht? Das ist, glaube ich, gar kein Mod von Giants. Ich glaube, die haben nur die DLCs bringen hier raus. Die veröffentlichten Mods auf ihrer Webseite. Die die für gut befinden. Quasi die von Mod-Hub oder die bei Mod-Hub gelistet sind? Zum Beispiel, ja. Aber auch nicht alle. Die du direkt im Spielraum rein kannst. Genau, die müssen halt bei Giants eingereicht werden und dann gucken die, ob das passt, ob die gut sind und dann nehmen sie die. Also theoretisch sollte das so sein. Bei einigen Mods bin ich mir da nicht so sicher, ob die da jemals geguckt haben. Das schon wieder nicht. Ich will jetzt mal gucken, wenn ich jetzt mit dem Doppel hänge, also mit den beiden, reinfahre in den Fluss, ob ich das hinkriege, dass er den anderen Behälter denn befüllt. Achso, das wäre cool. Der Vorderen. Aber erstmal hat die beide hintereinander reingerangiert bekommen. Da habe ich gerade noch meine Probleme mit. Der lässt mich schon wieder in Streifen stehen. Das gibt es ja gar nicht. Ja, irgendwie läuft das nicht so wirklich. Vielleicht läuft der Server zu lang. Nö, nö. Der ist ja gestern auch schon neu gestartet worden. Warum hat der echt mit dem Flug hier ein Problem? Ja, die Flüge, die dabei sind, sind absolut wacke. Gibt er ja zwar noch einen mehr, so die Sekunden, aber ich weiß nicht, wie gut der ist. Oder wir stellen einfach das Flügen muss aus. Können wir auch machen. Drei Tünnelstufen behalten, aber nur das Flügen weg. Warum haben wir so grubbern? Genau, wir grubbern ja eh. Gut. Das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen, weil den Hänger kriegst du nicht mehr da raus. Kann sie zurücksetzen. Das kennen wir ja schon mit Treckern im Wasser versenken. Aber wir kennen auch fliegende Traktoren. Fliegende Traktoren kennen wir auch. Ja, du hättest da sein müssen, Mungo. Es war sehr lustig, weil wir konnten ja nichts machen. Wir haben ja auf die Felder gewartet und dann haben wir dann halt Blödsinn gemacht. Wie zum Beispiel Drescher auf die eine Bühne stellen. Drehst du eigentlich den Drescher, wenn du mit GPS fährst? Also ich mach das manuell. Oder wie man zu drehen. Ja, bei mir ist das nämlich auch. Also ich hab den bisher nicht gedreht, ich hab gedacht, der berechnet das. Aber wenn ich drehe, passt das. Jetzt muss ich gucken, wie die dritte Bahn aussieht. Die ist jetzt entscheidend. Weil von der Spur passt das halt nicht. Ja, manchmal ist da dann ein bisschen was stehen. Hätte ich jetzt auch schon. Dass er da ein bisschen viel stehen lassen hat. Das heißt, drum hab ich mir immer gesagt. Ja gut, da kannst du dann halt nichts drauf machen. Der lässt es ja aus. Ach so. Ach so. Ja. Also Flügel ausschalten. Ich wäre dafür. Da musst du nicht jedes dritte Mal machen. Ja, das Problem ist halt, dass das halt echt... Der große Flug, der ist super. Da kannst du halt recht viel mit machen. Aber da musst du um die ganze Feldkant nochmal nachbearbeiten. Ja, ich weiß. Weil du zu nah dran bist überall. Zu wenig Platz hast. Ja. Ich kenn das. Ich hab damit schon einige Felder gepflügt hier. Haha. Ah, ich hab 22 auch bald fertig. Also ich tapp's jetzt raus. Ich muss zweimal den Flug links haben. Bei der dritten Bahn muss ich den drehen. Und dann passt das mit den Bahnen. Ist denn die richtige Breite eingestellt? Ja, ja. Ist alles richtig. Aber der lässt dann halt so und was nicht. 20 cm aus. Die Breite passt, weil der nimmt der Flug... Der nimmt für die Arbeitsbreite nimmt der den Trecker mit. Und der Trecker ist halt breiter als der Flug. Auf der einen Seite. Wenn ich ihn nachjustiere, dann springt der voll. Mhm. Das ist komisch. Naja, ich komm gleich mal rüber. Weil sonst hatte ich immer ein bisschen weniger als die normale Breite gemacht. Immer einfach, damit man so ein Problem nicht hat. Aber der hat nur drei Meter, ne? Was du einstellen kannst. Äh, ja. Ne, ja. Hat der drei Meter? Oh. Naja, beim großen Flug habe ich jetzt knapp 70 cm weniger eingestellt. Naja. Dann passt das. Genau, drei Meter Arbeitsbreite. Stellen wir mal. Ich bin mir vielleicht mal sechs Meter. Ja, siehste. Dann hast du da deinen Versatz. So. Hast du auf Automatik gedrückt, weil Automatik funktioniert meistens nicht so richtig. Ja, aber der hat nur drei Meter vom Trecker ausgesehen. Bin ich jetzt auf Versatz? Ja doch, das könnte jetzt. Könnt's hinhauen. Probieren wir mal. vor kurzem. Ehm. Hh. Hh. Hh!? Hh. Hh. Hhh. Hh. Andererseits. Hh. 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 So, jetzt gucke ich mal, ob ich beim Abladen vom Wasser beim Föllen dann wenigstens den anderen Tank auffüllen kann. Weil eben hat er es ja irgendwie gemacht. Also es kann auch sein, dass die zu weit weg standen und dass du beim Abladen vorhin dass du halt einen Knick drin hattest und dass die genau dann halt in der Reichweite standen. Weil das haben wir beim Tanken, deswegen haben wir ja extra den kleinen Anhänger noch, da geht das nämlich auch nur, dass du überlädst in den kleinen Hänger und der Kleine befüllt dann die Tankstelle. Jetzt habe ich herausgefunden, woran es liegt. Ha! Na? Er macht den Versatz, wer dreht der nicht? Ne, weil du ja eigentlich einen Flug drehen kannst. Du hast einen Wendepflug. Ja genau, aber wenn du den Flug drehst, dann stimmt das mit dem Versatz nicht mehr. Ich hatte mich gerade auch den Flug gedreht und denkst du, jetzt passt es ja und äh, aber dann hätte ich wieder diese Lücke gehabt. Also einfach nur so dumm fahren und den Flug auf einer Seite lassen. Also jetzt zumindest. Ganz kurios. Aber ich habe ja schon ein Drittel von dem Feld, ein Viertel, ein Fünftel. Nein. Ich komme gleich rüber an der Hälfte. Ich habe eine Arbeitsbreite von 6,2 Meter. Ich bin ja, wir sollten den Flug aus dem Big Bug Mod mit drauf machen. Hast du denn das DLC? Ja, ich habe mir jetzt endlich mal geholt. Einfach nur just for fun. Boah, jetzt habe ich schon wieder nur Anisse hier drin. Ich scheint mir ein bisschen aggressiver zu sein. Bin gleich wieder da. Ja. Muss er erstmal Insekten jagen. Komisch, also irgendein ist hier ein Bug hier. Wenn ich entladen will mit einem zweiten Randfahr, dann muss ich den erstmal auffüllen, irgendwie ein bisschen und dann... Keine Ahnung, ich habe noch nie Wasser gefahren. Ja, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Das ist komisch. Ich habe noch nie Wasser gefahren, das weiß ich nicht. Jetzt reicht das ja auch erstmal ein bisschen. Nochmal fahre ich jetzt nicht in der Folge. Folge geht fast 21 Minuten. Das muss reichen. Heute war Wasserfahren dran. Ja. Ja, Wasserfahren fürs Kalkwerk. So, jetzt hier noch die letzten kleinen Kram nacharbeiten und dann ist gut. So Leute, wie gesagt, das war die Folge mit dem Wasserfahren fürs Kalkwerk. Wenn ihr Tipps oder Anregungen habt, wie man es besser machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir nehmen Tipps gerne an. Und ja, denn über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.